Ok, dann machen wir jetzt den Skorpion, das heißt ihr legt euch hierfür und versucht jetzt mit dem linken Fuß eure rechte Hand zu berühren. Schaut einmal bei mir zu. Versucht auch mit der Ferse, nicht mit der Fußspitze, sondern mit der Ferse aufzukommen. Nicht draufhauen, falls es klappt, dann tut es weh. Wenn es einfach klappt und wenn es dauerhaft klappt, dann ist zu viel. Guckt aber, dass du mit dem Fuß nicht einfach seitlich gehst, sondern der Fuß soll quasi theoretisch hier gehen. Und nicht einfach jammeln. Geil. Geil. Ja gut. Ja gut, ja gut, gut. Gut, 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 gut.